Ich bin Jessica Schumacher, ich bin die Geschäftsführerin der EASY GmbH, bin seit 2021 dabei, direkt von Anfang an, als EASY selbstständig wurde. Ich bin als Vertriebsleitung gestartet und jetzt seit mittlerweile etwas mehr als zwei Jahren Teil der Geschäftsführung. Die Ledertasche ist auf jeden Fall mein absoluter Favorit und mein absolutes Lieblingszubehör. Nicht nur für das Modelljahr24. Qualitativ hochwertig, handgenäht, echtes Leder und mit der richtigen Pflege wirklich ein Begleiter fürs Leben. Ich finde es einfach super schick. Ich habe mich für das wunderschöne Skyfly E5ZRF entschieden. Das ist unser neues leichtes EASY mit einem Carbonrahmen, leichte Anbauteile und ja, das erlaubt es mir im Alltag einfach, das wirklich leicht spielerisch über jedes Hindernis zu bringen. Perfekt für mich. Ich habe nämlich seit der Pandemie kein Fitnessstudio mehr von innen gesehen. Hier haben wir EASY ein ganz modernes Facelift gegeben, aber ohne seine ikonische Rahmenform und ohne sein ikonisches Design zu verlassen. Das heißt, das EASY ist nach wie vor als EASY zu erkennen, aber deutlich moderner. Wir wollten hier bei einem komplett neuen Rahmen auch wirklich an alles denken, was ihr an Feedback an uns herangetragen habt. Wir haben einen integrierten Schnellspanner, der sich wirklich ohne viel Kraftaufwand lösen und verstellen lässt. Wir haben eine Bedieneinheit im schönen Carbonrahmen integriert. Ganz stylisch, ganz praktisch. Ja und so sind die Zeiten, dass man immer auf sein Display aufpassen muss, vorbei, weil ich kann es theoretisch auch ohne fahren. Wir haben hier eine Shimano Nexus 5-Gang-Schaltung drauf, ist intuitiv zu fahren. Eine pflegeleichte Nabenschaltung ist natürlich auch immer von Vorteil. Das heißt, wirklich ein stressfreier Begleiter für den Alltag. Und dann haben wir natürlich noch den super leichten neuen Bosch SX-Motor drin. Der ist schnurrt leise wie ein Kätzchen. Das Light Green ist einfach eine Farbe, das gefällt mir super gut. Ist fröhlich, leicht. Ich finde es eine Farbe, die sowohl von einem Mann als auch von einer Frau gut gefahren werden kann. Und es ist einfach ein wunderschönes Easy geworden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Ausfahrt. Wir haben als Team einen ganz wichtigen Meilenstein für die Evolution der Marke Easy geschaffen. Und ja, mit dieser Auswahl, mit diesen Rädern bin ich ganz, ganz sicher, dass jeder sein Kompaktrad für seine Bedürfnisse finden kann. One size fits all. Und ja, es ist einfach easy. Warum6. Musik. Musik.